Hallo, ich bin Bettina Geidner und ich führe hier auf meinem Sender Gespräche zum Bewusstsein, Bewusstheit und zum Erwachen. Jetzt geht es um das Thema, ob du dein Erwachen selbst in der Hand hast, also ob du beeinflussen kannst, ob du Erwachen und Erleuchtung erfährst. Und dazu spreche ich jetzt mit dem Psychologen und spirituellen Lehrer Christian Mayer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Es geht jetzt um das Thema, ob du dein Erwachen beeinflussen kannst, ob du das Erwachen aktiv gestalten kannst und auch hervorrufen kannst. Dazu spreche ich jetzt mit dem spirituellen Lehrer Christian Mayer. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du Kommentare schreibst unter dem Gespräch, wie du das Erwachen, deinen Prozess empfindest, welche Erfahrungen du vielleicht auch mit dem Christian hast. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du auf meine Webseite schaust, www.bettinageidner.de. Da stehen Informationen zu mir und meiner Arbeit. Lieber Christian, ich freue mich sehr, dass wir jetzt dieses einmalige Thema besprechen können, nämlich selber aktiv den Erwachensprozess in Gang bringen. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch über die Einladung und auf das Gespräch und mal schauen. Schauen wir mal. Die allererste Frage, die ich jetzt mal für Zuschauer, die vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun haben, die zufällig jetzt also meinen Kanal abonniert haben und zufällig dieses Interview sehen. Die erste Frage ist, wieso sollte ich denn Erwachen überhaupt wollen? Weil es gute Auswirkungen hat, weil es ein Gefühl von Erfüllung erzeugt, weil es einen tiefen Einklang mit sich selbst entstehen lässt, weil man innerlich in einen Frieden kommt, der nicht nur Ruhe ist, sondern ganz und gar lebendig, aber vor allem ein Frieden ist, der gigantischer und tiefer und intensiver ist als alles, was man sich vorstellen kann. Weil Erleuchtung geschieht, wenn man sehr sich darauf ausrichtet und wenn es einem aber nicht wichtig ist, dass es einem dadurch besser geht. Weil wenn einem das wichtig ist, dann will man etwas für sich haben und dann bleibt dieses Ich übrig, das für sich haben will und dann geht es nicht. Es hat eine sehr große Schönheit liegt in dem Prozess, weil man normalerweise in der Welt meistens mit mehr Ellenbogen und mehr Durchsetzungskraft Dinge kriegt und mehr Dinge kriegt. Und hier ist es so, dass in der Ausrichtung auf die Erleuchtung ein Loslassen ist, dass ich nicht mehr davon abhängig bin, ob ich mich angenehm fühle oder nicht. Jetzt ist es aber so, dass ich zum Beispiel sagen, oder ich kann dir sagen, was meinen Verstand macht. Ja. Ich denke immer, der Grund, warum ich erwachen will, ist, damit die Angst weggeht. Gleichzeitig, damit ich nie wieder Angst habe. Gleichzeitig denke ich, denkt mein Verstand auch, ja, aber wenn du erwachst, dann kannst du ja nicht mehr arbeiten. Wie willst du denn da noch etwas zum Essen finden? Die Leute bringen dir ja das Essen nicht. Und das hindert mich dann auch wieder. Also das heißt, da ist immer noch sehr viel Ich im Spiel bei mir. Dieses, also ich will die Angst weghaben oder ich kann da nicht mehr meine Existenz sichern. Also dieses Ich, das hindert dann am Erwachen. Das heißt, man darf es eigentlich nicht wollen. Ja, die Erfahrung zeigt einfach, dass die Menschen nach der Erleuchtung genauso gut sind in ihrem Beruf wie vorher. Und viele es viel leichter haben in ihrem Beruf. Eigentlich alle, mehr oder weniger. Manche nehmen das, nehmen so ein Inneres, sich neu ausrichten zum Anlass, um eine Arbeit, die ihnen schon lange nicht gefallen hat, zu beenden. Und da gibt es welche, die dann Heilpraktiker oder ein neues Studium anfangen, je nach Alter und sich da neu ausrichten. Aber das machen ja andere auch. Also das Funktionieren wird durch die Erleuchtung nicht eingeschränkt, sondern wird besser. Weil die vielen zusätzlichen und unnötigen Gedanken, wie stehe ich da und schaffe ich das überhaupt und sollte ich was anderes machen, diese Gedanken, die sonst den Menschen parallel zu seinem Tun auf Trab halten, diese unnötigen Gedanken fallen weg. Genau, die kosten so viel Kraft. Die kosten sehr viel Kraft und sehr viel seelische Anstrengung. Und also das Funktionieren... Also ich könnte noch arbeiten. Ja, die Erfahrung zeigt, wie viele hunderte von Menschen die Erleuchtung gefunden haben, die wir auch zum Teil empirisch erfassen, um auszuwerten, was verändert sich nach der Erleuchtung. Man zeigt sich, durch die Bank behalten sie ihren Beruf. Die überwiegende Mehrzahl ändert den Beruf gar nicht. Sie hat die Ausnahme und sie sind ausgeglichener und fühlen sich in aller Regel in ihrem Beruf viel, viel wohler als vorher. Und an was liegt es? Liegt es da dann, weil man nicht mehr identifiziert ist, einfach mit dem Äußeren? Vielleicht, wir müssen fragen, was das Ich ist. Der Mensch ist ja ein Organismus mit einem Verstand, mit Gefühlen und mit dem physischen Körper, den Muskeln und den Organen. Und dieser Organismus, der strukturiert, plant, entwirft das Leben und realisiert Pläne und Arbeit und die ganze innere Steuerung, da hat das Ich nichts mit zu tun. Mit der ganzen inneren Planung und Steuerung der Handlung hat das Ich nichts zu tun. Das Ich ist nicht die Instanz, die Handlungen steuert, sondern es ist nur ein zusätzlicher Gedanke, nachdem die Handlung geschehen ist, wie toll war ich, wie gut war ich, guck mal, wie großartig ich war. Aber der Organismus, kann man sagen, wenn etwas gut gelingt, der freut sich. Und das Ich macht aus der Freude über das gute Gelingen einen Stolz. Der kann sich nicht einfach, das Ich kann sich nicht einfach freuen, sondern ich mag das gemacht. Und in dieser Richtung ist das Ich in aller Regel bei allen Menschen, bei manchen weniger, aber anderen mehr, immer dabei zu zweifeln, bin ich gut genug, sollte ich besser sein, bin ich besser als die anderen. Und es vergleicht. Zu vergleichen, zu beurteilen und das ist alles ganz und gar überflüssig. Und diese unnötigen Gedanken, Beurteilungen und Kommentare, die fallen dann einfach weg. Okay. Könntest du mal beschreiben, wie du, also könntest du einfach Erwachen beschreiben? Den Prozess? Oder einfach, was ist Erwachen? Bei der Frage, was es ist, können wir uns das so vorstellen, dass der Mensch normalerweise innerlich, wenn er, hat bestimmte Gedanken und Bilder, Erwartungen, das, was sich im Kopf abspielt. Und dann hat er Sinneswahrnehmungen, er sieht, er hört, er spürt mit dem Körper, Sinneswahrnehmungen. Und dann gibt es darüber hinaus, gibt es Gefühle. Das sind die drei Bereiche, wo der Mensch denkt, dass das ist, was den Mensch ausmacht. Und das stimmt nicht. Weil unter diesen drei Bereichen ist ein riesiger Raum, in den man nur hineinfinden muss, ein riesiger Raum, der viel tiefer ist. Und wenn ich in diesen Raum nicht nur hineinkomme, sondern mich da anfange, zu Hause zu fühlen, dann hören diese unnötigen Gedanken auf. Der Verstand ist zu großen Teilen einfach still. Da ist eine tiefe Gelassenheit. Da gibt es kein Bezweifeln der Existenz und auch kein Bezweifeln des Selbstwertgefühls, sondern ein inneres In-sich-Ruhen und ein inneres Erfülltsein, eine Glückseligkeit, die man vorher nicht kannte. Und dieser tiefere Raum ist die eigentliche Natur des Menschen. Das heißt, diese drei Schichten da oben, Denken, Fühlen und die Sinneswahrnehmung, sind nur das Äußere. Und der Mensch, solange er sich da drin bewegt, ist er unter Stress, ist er unter, nicht nur, sondern geplagt von vielen, vielen Gedanken, Wiederholungen, dass er diesen Kopf gar nicht abstellen kann. Manchmal kommt mehr Ruhe und so weiter. Aber er kann es gar nicht beenden. Er kann deswegen, hat er auch keinen Zugang zu dieser tiefen Freude und Frieden und Lebendigkeit, die in diesem tieferen Raum existiert. Also Erleuchtung bedeutet, dass man endlich diesen tieferen Raum für sich gewinnt, für sich in Anspruch nimmt und als das innere Zuhause erlebt, das Zentrum, das innere Zentrum der Wahrnehmung und des Erlebens. Und dann hast du schon die zweite Frage gestellt, wie der Prozess ist, da hinzukommen. Genau. Und dieser Prozess, gut, wir schauen uns noch mal erst noch mal an, wie kommt es, dass der Mensch sich nur da oben aufhält. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Mit viereinhalb Jahren wächst der Geist und das Sterben und das Nichtsein wird immer bewusster. Andererseits ist dieser Geist des Kindes noch nicht wirklich ganz entwickelt. Und das führt dazu, dass dieses viereinhalbjährige Kind realisiert, ich kann das nicht erfassen. Ich kann das Nichtsein nicht denken. Ich kann deswegen die Angst vor dem Nichtsein, die übersteigt meine Fähigkeiten. Das viereinhalbjährige Kind muss die Angst vor dem Tod verdrängen. Ist nicht so wie andere Konflikte. Da gibt es ein Können und vielleicht wird es verdrängt, vielleicht nicht. Da ist es ein Entweder-Oder. Aber in Bezug auf dieses Thema muss das Kind den Tod, die Angst vor dem Tod, das Erleben des Todes, es behält im Kognitiven eine Vorstellung von, dass das Leben zu Ende ist, aber es ist in der Regel dann begleitet von einem der Mensch, der Kanarienvogel, der Hamster geht woanders hin. Und so ist es eine Vorstellung, die nicht wirklich, wo das Kind nicht wirklich den Tod an sich heranlassen kann. Kinder glauben wirklich lange, dass sie selbst nicht sterben können. Das ist nicht vorstellbar so. Und diese Verdrängung, die wir dadurch aufrechterhalten, dass der Mensch kontinuierlich denkt. Deswegen ist er da oben und läuft nicht Gefahr, in diesen tiefen Abgrund zu sinken. Okay. Dass es diesen Abgrund gibt, darüber kann man eigentlich schnell Einigkeit erzielen, wenn man die ganzen Existenzialisten, Kierkegaard, Sartre, Camus und andere, die diesen Abgrund beschreiben und die Frage stellen, wie kann der Mensch Freiheit finden im Angesicht dieses inneren Abgrundes. Aber dieser innere Abgrund ist nicht das Erwachtsein? Nein, dieser innere Abgrund, die Sperre gegenüber dem inneren Abgrund ist dahin, der Mensch spürt, wenn ich mich dahin begebe, dann besteht die Gefahr, mich aufzulösen. Ja, genau. Und dann komme ich in Kontakt mit Tod, dann kommt die Angst vom Tod und das ist alles, was ich nicht aushalte. Das ist die Angst, wegen was ich nicht erwachen möchte. Ja. Das ist genau die Angst. Diese Angst kann das Kind nicht bewältigen und sperrt diesen Abgrund zu. Ja, aber das ist auch meine Grund. Da ist die Barriere. Ja, ja. Aber die Idee, dass man immer noch das nicht aushält, kommt nur daher, weil man nicht mitgekriegt hat, dass man nicht nur der Körper größer geworden ist, sondern dass das Herz auch gewachsen ist. Und der Geist ist gewachsen, so bis 25 Jahre ungefähr. Bis zu dem Alter entwickelt sich der Geist und dann ist er stabil fertig. Dann sind die Veränderungen nicht mehr so strukturell. Und diese Abwehr vor dem Bewusstsein des Todes und den Emotionen, den Gefühlen, die damit zusammenhängen, die lassen den Menschen da oben sein. Und dieser Abgrund wird wahrgenommen. Wir können die Langeweile. Langeweile ist, wenn man nichts zu tun hat und das Gefühl von Langeweile ist ein nervöses, nervös werden. Warum eigentlich? Weil man hat ja nichts zu tun. Es könnte ja alles schön sein. Nein, wenn der Mensch nichts zu tun hat, dann ist er konfrontiert mit dem Tieferen, mit der Leere, die da ist, die sich ankündigt und dann will er was tun, damit er beschäftigt ist. Aber es ist nur der Verstand, es ist nur das Denken. Nein, es ist auch das Gefühl. Die Nervosität ist ein Gefühl. Aber ausgelöst durchs Denken. Nein, es ist ausgelöst dadurch, dass wenn ich tiefer komme, die Leere, wenn man jemanden fragt, der kann dir nicht sagen, woher die Nervosität der Langeweile kommt. Die Nervosität ist nämlich wirklich, wenn man es fühlt, ist eine ängstliche Nervosität. Eine ängstliche Nervosität. Das stimmt. Ich mache gerade mit. Was tun wollen. Was tun wollen. Und das ist die Angst, wenn ich noch mehr loslasse und nichts tue, dann komme ich in diese Leere und dann besteht die Möglichkeit, mich aufzulösen und vernichtet zu werden. Genau. Ja, ja, ja. Die Existenzialisten haben diesen Abgrund beschrieben, aber haben natürlich nicht geglaubt, dass man durch den Abgrund hindurch die Freiheit findet. Wenn man jetzt, ja, in dem ganzen Prozess ist das Wichtigste, dass man lernt zu fühlen und Gefühle auszuhalten. Genau. Und dann auch Angst auszuhalten, der Angst zu begegnen, der Angst auszuhalten. Dann kommt es dahin, dass man sich mit dem Tod auseinandersetzt, dass man dem Tod begegnet, und dass man zum Beispiel fragt, wenn ich jetzt in einer halben Stunde sterben würde, was kämen dann für Gefühle hoch? Trauer, man verabschiedet sich, Pläne, Hoffnungen, die man hatte, müssen beendet werden, dann gibt es vielleicht Empörung, wieso muss ich jetzt sterben? Der Schmerz, die Empörung, dann vielleicht Suche, kann ich dem entkommen? Und wenn man dann einsieht, nein, weil man irgendein Gift bekommen hat, die Schlange hat eingebissen. Und wenn man das dann nachvollzieht und dann schließlich dem zustimmt, dass jetzt das Leben zu Ende sein könnte, weil es könnte ja tatsächlich... Wir wissen es nicht. Herzversagen, es gibt viele Gründe, wo der Mensch plötzlich stirbt. Schlaganfall. Ja, und wenn man sich das vergegenwärtigt, kann man beginnen, diesen Gefühle zuzulassen. So. Das ist eine wichtige Vorbereitung. Und der Prozess selbst ist so, dass wenn man Gefühle ausgefühlt hat, wird man innerlich immer gelöster. Das weiß jeder, der traurig ist, wenn er dann endlich zum Weinen kommt, dann geht es ihm viel, viel besser, weil dann die ganze Verkrampftheit aufhört. Aber wieso ist es eigentlich so, dass der Mensch ja so angelegt ist, vor negativen Gefühlen zu fliehen? Die will er nicht fühlen. Also normalerweise versucht man, sich abzulenken oder sich irgendwie was schönzureden oder... Jeder hat ja so Ablenkungsmethoden. Der eine macht viel Sport, der andere isst viel, der andere geht einkaufen. Egal. Jeder hat so Methoden, um das Gefühl nicht zu fühlen. Aber wieso ist es so, dass man die Gefühle nicht... Also man kann nur einfach das fühlen. Aber wieso ist es so angelegt in einem, dass man es nicht fühlen will, was negativ ist? Ja. Unsere Geschichte ist vier Millionen Jahre alt. Unsere Sprache vielleicht 50.000, 60.000, 90.000, so. Hierfür ist es ein ganz kleiner Teil. Unser ganzes Verhalten wurde über Millionen von Jahren von den Gefühlen bestimmt. Jetzt gibt es angenehme Gefühle, die gleichzeitig das Überleben mehr sichern. Es ist angenehm, mit der Horde zusammenzusitzen. Genau. Die Körperwärme zu spüren und die Nähe. Und es ist gleichzeitig, macht mehr Sicherheit, wenn man sich abends in der Höhle versammelt, vielleicht das Feuer schon erfunden hat und zusammensetzt. Der Hunger im Herbst war es wichtig, sich den Bauch voll zu schlagen. Und das war die Zeit, wo die Früchte an den Bäumen unzuwachsen, sich den Bauch voll zu schlagen, damit man Reserven für den Winter hat, wo es wenig Essen gibt. Und das hat die Evolution dafür gesorgt, dass diese angenehmen Gefühle, auch sich zu vermehren, ist ein angenehmes Gefühl, ein Lustgefühl, diese angenehmen Gefühle haben das Überleben gesichert und gesteuert. Und dafür ist es gut. Und unangenehme Gefühle, Angst vor dem Unbekannten haben uns davon abgehalten, nachts romantische Spaziergänge im Mondschein zu machen, wo uns der Säelzahntiger als Abendessen hätte. Und so gibt es sogar innerlich ein Belohnungssystem, wenn der Mensch angenehme Dinge tut, hat er nicht nur die angenehmen Gefühle, Lustgefühle und den Geschmackserleben der Früchte, sondern es werden noch gleichzeitig im Zwischenhirn Hormone ausgeschüttet, die ihn für dieses Verhalten zusätzlich belohnen. Ja, und so denkt der Mensch heute, dass er glücklich wird, wenn er den angenehmen Gefühlen mehr Raum gibt und mehr Gewicht gibt und den unangenehmen, der Angst und Schmerz und so, die versucht wegzuschieben. Und er glaubt wirklich, und das ist ziemlich verrückt, er glaubt, wenn er sie innerlich wegschiebt, dass sie dann weg sind und ihn nicht mehr quälen. Das ist eins, der jetzt auch psychologisch gesehen, dazu muss man nicht Erleuchtung verfolgen, ist es schon ein ganz, ganz schlechter Handel. Es geht ähnlich, es ist immer da. Es ist wie eine Konditionierung. Eine menschheitsgeschichtliche Konditionierung, ganz tief verankert. Aber mein Erleben ist, dass ein negatives Gefühl, das muss ich irgendwann fühlen. Also ich kann es natürlich jetzt verdrängen, aber ich werde nicht drumherum kommen. Irgendwann muss ich es fühlen. Richtig. Es hilft nichts. Weil es ist immer da, so lange ist es so ein Mord in mir. So lange, bis ich es halt gefühlt habe. Ja. Und das ist aber noch, bleibt noch im normalen Rahmen der Psychologie und der Erkenntnisse der Psychologie. Das ist noch nicht, dazu ist noch nicht das Wissen von Erleuchtung nötig. Ja, genau. Das ist... Bis zum nächsten Mal.